Der geplante Umbau vom Areal des ehemaligen Kraftfahrzeug-Instandsetzungswerks in Schwerin steht auf der Kippe. Seit drei Jahren steht der Investor des Grundstücks bereits fest. Sein Plan ist, in den alten Gemäuern Wohnobjekte einzurichten. Die großen Hallen stehen jedoch aufgrund ihrer Architektur unter Denkmalschutz. Die Denkmalpflege hat Bedenken geäußert, bei dem Vorhaben den 14.000 Quadratmeter großen Vorplatz zu bebauen. Ihrer Ansicht nach verändert jede Bebauung den Charakter des Platzes und auch das Raumgefühl. Der Investor hingegen benötigt die Neubauten, um andere Kosten im Zuge des Umbaus zu kompensieren. Außerdem steht ihm zur Folge der Platz in keiner Relation zur Größe des Wohnquartiers. Eine Einigung in naher Zukunft ist nicht absehbar. Ob das Projekt an einen anderen Investor weitergegeben wird, entscheidet sich in der nächsten Stadtvertretersitzung. Also what I am compte ich jetzt ist Es ist ein Begeschäft awartierter, das andere gibt es Ihnen im Bezug auf den Raststeat.